95 Mitglieder der Wiener Philharmonika haben zu Wochenanfang die erste Dosis einer Corona-Impfung erhalten. Die Stadt Wien hat eine Vorreihung der Musiker bestätigt, um den Klangkörper international spielfähig zu halten. Das Orchester nannte als Grund unterschiedliche Spielverpflichtungen, für die vertraglich eine Impfung vorgesehen ist. Ansonsten würden Penalstrafen drohen. Insgesamt bestehen die Philharmonika aus 148 Mitgliedern. Als Schlag ins Gesicht aller anderen Künstlerinnen und Künstler bezeichnete die Interessensgemeinschaft Freie Theaterarbeit die Impfforreihung der Philharmonika. Die Stadt Wien zeige damit, dass sie Menschen und Kunst in mehreren Klassen denkt und unterstützt. Auf diese Weise entstehe eine Neiddebatte, die gerade zu dieser Zeit äußerst kontraproduktiv ist. Nicht zuletzt aufgrund des Infektionsrisikos bei Proben im darstellenden Bereich fordere man daher einen sofortigen Impfstart für alle Künstlerinnen und Künstler, die dies wollen. Die nun entstandene Diskussion um die Impffreihung sei ein Ergebnis der nachgangigen Behandlung von Kunst und Kultur seit Ausbruch der Pandemie, hielt Gerhard Ruiz von der Interessensgemeinschaft Autorinnen und Autoren fest. Die Philharmonika hätten allergrößte Bedeutung. Das haben aber auch viele andere in allen anderen Kunstsparten, so Ruiz. Es brauche die umgehende Einbeziehung von Kunst, Kultur und Publizistik im Impfplan. Die Gründe, die zu Recht in Anspruch genommen werden, gelten auch für alle anderen, nicht nur für einzelne Ereignisse und für eine Einrichtung allein.